Einen wunderschönen Abend wünsche ich. Hallo, herzlich willkommen. Es ist eine etwas ungewöhnliche Uhrzeit für ein Video. Wir haben jetzt bei mir aktuell nach 10 Uhr abends... Normalerweise würde ich jetzt irgendwelchen anderen Krempel machen, aber... Ich bin jetzt eben das erste Mal über den Morbius-Trailer gestolpert, nachdem der ja schon lange angeteasert wurde. Und ich dachte mir einfach, ich mache etwas saudämliches, ich mache ein Raction-Video darauf. Somebody please shoot me. Aber nun gut, einfach mal, um wieder ein Nebenszeichen auf meinem YouTube-Kanal zu haben und dann mal schauen. Morbius ist The Living Vampire. Das ist eine Figur, die in den 70er-Jahren von Roy Thomas erfunden wurde und Jill Kane hat, glaube ich, die ersten Entwürfe gemacht. Der Charakter war ursprünglich ein Antagonist von Spider-Man. Er ist dann aber später ein Helfer geworden. Hat aber eine sehr wechselhafte Geschichte, seitdem er lebt. Mal Protagonist, mal Antagonist. Hat auch mal, ich glaube, er hat ja noch mal eine eigene Serie oder so. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, es ist kein Charakter, von dem ich jetzt erwarten würde, dass da ein Film zugemacht wird. Aber, man höre, staune und sehe, Sony hat da anscheinend jetzt da was gemacht. Mit einem Cast, ich weiß, es ist nur die ersten beiden Schauspieler, aber Jared Leto und Matt Smith sind nun keine Leute, die unbekannt sind. Im Gegenteil, Matt Smith vor allen Dingen ist bekannt als Doctor Who. Der elfte Doktor war er. Einer der besten Doktoren, meiner Meinung nach. Während Jared Leto ja nicht nur ein großartiger, ein bekannter Schauspieler ist, sondern auch ein bekannter Musiker. Jetzt weiß ich leider nur die Namen der Band nicht. Asche auf mein Haupt, ich hätte vorher recherchieren sollen. Aber, nun gut. Das ist alles relativ spontan. Und, ja. Übrigens, es wird diese Woche noch ein weiteres Video von mir kommen. Ich weiß noch nicht wann. Es wird ein Comic-Review-Video werden. Und zwar hat da gute Omöpo auf meinem Discord-Server eine bestimmte Serie vorgeschlagen. Ich habe mir jetzt diese Serie die Tage durchgelesen, komplett. Ich werde da nochmal drüber gucken. Und dann werde ich da, meiner Meinung nach, zu verfassen. Und dann könnt ihr euch darauf freuen. Es wird interessant werden. Es wird definitiv und sicherlich interessant werden. Und es würde mich freuen, wenn ihr dann halt einschaltet und vielleicht auch mal irgendwie, ja, darauf reagieren würdet. Aber, egal. Genug gequasselt. Ich wechsle jetzt die 10 und würde einfach mal sagen, ich drücke auf Start. Ah, ich bin gespannt drauf. Okay, also die ersten Sekunden erinnern mich irgendwie daran, ja, man baut Sympathie auf. Der Charakter wird als Kind gehänselt, ist aber hochintelligent. Ich denke, sie wird später sein, sein Fehler sein. Halt, typisch Marvel-Charakter, jede Figur hat einen Fehler. Es ist ein altes Setz in der Beziehung. Du findest es. Nobelpreis sogar. Oh, interessant. Ich sollte ein Jahrzehundern sterben. Ähm, oh nein. Warum bin ich noch hier, wenn nicht das zu verhindern? Moment, ähm... Moment, ähm... Interessant. Interessant. Ich habe eine rare Blut-Disease. Und ich bin nicht mehr aus dem Zeitraum. BDU. Das könnte meine letzte Chance sein. Hier, diese Szene finde ich gerade so gut. Ähm, wie sie sich halt wegdreht, Arme verschränkt, klar und deutlich gemacht wird. Sie hält nichts davon. Antagonistin? Sekundärer Charakter? Ich weiß es nicht. Mir kommt übrigens irgendwie auch das Gesicht der Schauspielerin bekannt vor. Keine Ahnung. Das wäre meine letzte Chance. Du bist etwas zu tun. Was ist es? Das ist nicht genau so legal. Ich will sehen, dass du dich getötet mehr als du bereits hast. Das wäre ein Verkauf. Das wäre ein Verkauf. Michael. Was ist passiert? Ich will nicht sterben. Ich fühle mich mehr leid, als ich war. Die Stärke und die Geschwindigkeit. Die Möglichkeit. Okay, wir haben jetzt gesehen, die Transformation. Er noch eben ein physisches Wrack. Und jetzt hier, ähm, ja. Durchtrainiert. Und dann noch die, sehen wir auch die ersten Special Effects. Dieser, dieser Rauchschwaden. Mal kurz wieder zurückgehen. Wirklich interessant, dass ich ein, ist das ein Sarcophagus, den er da an den hochhebt? Keine Ahnung. Das erinnert mich jetzt an, äh, X-Men 2. Nightcrawler. Halt dieses Teleportieren. Da hat Sony sich quasi an Fox orientiert. The ability to use Echolocation. Holy shit. Das ist genial. Das ist richtig genial. Kriegt man, kriegt man eine gewisse Gänsehaut. Äh, Sekunde. Es spielt im selben Universum wie Spider-Man. Es spielt im fucking selben Universum wie Spider-Man. Es ist kein separates Universum oder es teilt sich auch nicht das Universum mit Venom. Morbius ist Teil des MCUs. Des Marvel Cinematic Universes. Heiliger Scheiße. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit. Ähm, zur Erklärung. Spoiler für diejenigen, die Far From Home noch nicht gesehen haben. Wobei der Film ist jetzt auch schon seit, ich weiß, die Ewigkeiten draußen. Far From Home endete damit, dass halt, ähm, Spider-Man quasi beschuldigt wurde. Dass er Mysterio ermordet hat. Was aber komplett erlogen und erstunken ist. Weil Mysterio ich glaube er hat selbstbewusst begangen oder so etwas. Irgendwas war es. Und er hat es halt manipuliert. Scheiß, Mann. Ich hätte echt mit allen gerechnet, aber nicht damit. Das ist für mich die größte Überraschung. Wait, Matt Smith. Lass mich mal angucken. Übrigens, interessantes Gerät, was der Mann hier am Arm trägt. Elektroden? Oder ist das mit irgendwas mit Blut? Keine Ahnung. Und wer ist dieser 70er Jahre Zeitreisende? Äh, äh... Äh, äh... Äh, äh, äh... Äh... Äh, äh... Ich meine, es ist nur ein kurzer Eindruck. Ich weiß nicht, ob da noch mehr kommt, aber... Haben die wirklich das Design von Morbius übernommen? Aus den Comics? Die Nase wird ein bisschen stumpf, aber die fahle Haut und so... Ja. Woa... Vulture! Spider-Man Homecoming! Michael Keaton! Vulture! Der Vampir trifft den Geier. Ich bin gespannt, in welcher Funktion, ob der immer noch ein Gefangener ist oder so... Irgendwann, scheiß Spoiler-Video. Egal! Egal! Egal, Leute! Egal! Ähm... Ich muss eben kurz gucken. Ähm... Morbius... The Living Vampire... Bilder... Äh... Wo gibt's ein gutes Bild davon? Chris Bajalo... Bajalo... Ich glaube nicht, dass es dieses... Dass es wirklich so am Ende aussehen wird. Das passt nicht, aber... So könnte er am Ende aussehen. Scheiße, Mann! Haha! Ich glaube wirklich, das wird etwas. Klar, es ist jetzt nur ein Teaser-Trailer. Es ist jetzt nur ein... N... 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 Ein bisschen... Den Mund wässern und so, aber... Der Teaser-Trailer... War schon gut. Man hat einiges über Morbius erfahren. Wenig bis nichts über die Nebencharaktere. Matt Smith hat ein, zwei Sekunden auftritt. Man weiß nicht, welche Figuren er spielt daraus, aber trotzdem. Trotzdem. Ich glaube, das wird ein Hit für Sony werden. Und dadurch, dass man das halt Spider-Man und Vulture im Teaser-Trailer zu sehen waren. Teil des MCUs? Marvel Cinematic Universes? Die... Was für Möglichkeiten daraus entstehen? Was für Möglichkeiten daraus entstehen? Muss man nochmal... Michael. Ich habe dich kennengelernt, seit du ein Kind warst. Du hast ein Geschenk. Du hast immer. Wenn es ein altes Virus ist, dann findest du es. Dann kannst du das beobachten. Hier, er trägt diesen Hoodie. Das sieht man auch gegen Ende nochmal. Ich glaube, diese Szene spielt dann, nachdem er sich verwendet hat. Da, 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 da. Also Musik scheint für Mobius eine große Rolle zu spielen. Ich bin gespannt, wie wir das halt später nochmal ausbauen. Wer ist diese Schauspielerin, verdammt nochmal? Vor allen Dingen, ähm, was ich jetzt hier frage, wie wird er zum Living Vampire? Man hat ja eben gesehen, dass Morbius halt, äh, wo haben wir es denn? Hier, mit dieser Tinktur herum experimentiert. Iniziert er sich das? Und, ähm, er besucht jetzt hier eine abgelegenen Höhle mit wahrscheinlich fremden Vampiren oder so. Was, was soll das? Was soll das? Ist das ein Netz oder so? Eine Falle? Und dann wird er anscheinend gebissen. Vielleicht setzt das die Transformation ein. Ja, die Transformation setzt ein. Ja, ja, Sony. Sony hat ja einen Code-Deal mit, äh, Marvel. Aber was soll diese Szene sein mit den Fledermäusen? Verwandelt er sich in eine Fledermaus? Ich weiß es nicht. Das scheint er später zu spielen, weil man sieht ja, wie, äh, seine Assistentin, potenzielle Liebbarin, Liebbarin oder so, äh, dieselben Klamotten trägt, wie, wo haben wir es jetzt? Wie hier. Also wenn das wirklich, das sieht aus wie, ja, es sieht aus wie wie in einem Mittelalter, der ich ja sag. Nice. Auch eine Anspielung darauf, dass er halt ein Vampir ist, quasi, weil Vampire schlafen, ja, in Särgen. Ist das ein Schädel? Okay. Moment. ist das ein Glas? Wenn haben die da gepennt und das nicht rausedetiert. Aber was ist das für eine Szene? Er teleportiert sich durch diesen Gang, anscheinend in voller Blutdurst und so. Jetzt wird er gejagt. Die Szene, wo er, wusch. Ähm, diese eine Szene. Wusch. Eventuell doch ein Hinweis darauf, dass er sich in Vampire verwandeln kann, weil das wirkt ja übernatürlich. Mystisch schon fast. Was beschwört er da herauf? Und wieso ist er jetzt auf diesem Schiff? Er tötet all diese Leute. Matt Smith? Was soll diese Szene? Da, jetzt Morbius. Hier. Das trug er auch zu Beginn des Trailers. Also spielt das die Szene zu Beginn halt gegen Ende oder so. Ja, 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 ich, ich glaube, das könnte was werden. Ich glaube wirklich, das könnte was werden. Es ist selten, dass mich ein Teaser-Trailer so sehr triggert, so sehr wirklich am Haken zieht. Ich freue mich auf den Film. Also ich freue mich jetzt wirklich auf den Film noch mehr als auf Avengers Endgame. Verdammt. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich geschieht. Aber nun gut, soviel dazu. Wie gesagt, diese Woche noch ein Comic-Review von mir und in dem Sinne, Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und ja, das ist ein Abo, was auch immer. Gute Nacht und bis dann. Ciao. Ciao.